Es ist was passiert, Dad. Ich kann dich beschützen, wenn niemand jemals davon erfährt. Der Junge, den du angefahren hast, ist Jimmy Baxters Sohn. Er ist der Kopf des brutalsten Verbrecher-Clans in der Geschichte dieser Stadt. Worauf immer du bist, du solltest wissen, dass du gefunden wirst. Ich kann das nicht, nichts davon. Doch, sonst werden wir sterben. Your Honor. Ab 18. Januar. Auf Sky Atlantic. Und auf Abruf.